Sag mal, was ist eine französische Küche? Französische Küche? Ja. Naja, das ist in erster Linie, sind das mal ziemlich viele Leckereien, also die kochen sehr gut. Oh, wie fein. Und dann sind das ziemlich viele Gänge. Au. Wieso au? Naja, das ist ja nicht so toll, wenn man ganz viele rumlaufen muss, damit man was Leckeres kriegt hinterher, ne? Wieso rumlaufen? Du hast doch gesagt, das gibt so viele Gänge. Ach so, nein, ich meine, das nennt man so, wenn man hintereinander verschiedene Sachen zum Essen kriegt, dann gibt es der erste Gang, ist dann eine Suppe. Suppe mag ich nicht. Ah ja. Der zweite Gang ist dann Salat. Ja, das ist gut, das würde ich essen. Und der dritte Gang, das ist dann vielleicht Fisch. Fisch mag ich auch nicht. Und der vierte Gang ist dann Fleisch. Äh, nee, sowas finde ich gar nicht gut. Aha. Was machen wir denn mit dir? Gemüse gibt es natürlich auch dazu. Ja, das, das würde ich wieder essen. Gibt es auch Karotten? Ja, bestimmt, wenn man die bestellt. Man kann ja bestellen, was man möchte. Dann bestelle ich den Fischgang weg und den Fleischgang weg. Und dann kriege ich ganz viele Gänge mit Salat, Gemüse. Und was gibt es zum Nachttisch? Eis? Ach so, es gibt Käse. Hm, na ja. Und dann gibt es natürlich Obst und Eis und sowas. Auch Äpfel. Oh, stimmt auch Äpfel. Dann ist gut. Wie viele Gänge waren das dann? Oh, ganz viele. Dann ist gut. Gehen wir jetzt nach Frankreich? Ja, vielleicht nicht gleich morgen, aber vielleicht im Sommer. Ist gut. Dann, dann packe ich schon mal, ne? Ähm, ja. Uah, nervös. Dann. Bis zum nächsten Mal.